Franz Beckenbauer entgeht im Verfahren um die WM 2006 wegen seines angeblich sehr schlechten Gesundheitszustandes wohl einer Anklage. Wie der Spiegel berichtet, haben die Anwälte des 73-Jährigen bei der Schweizer Bundesanwaltschaft Atteste von Beckenbauers Ärzten vorgelegt. Demnach könne jede Aufregung für ihn lebensgefährlich sein. Nach Ansicht der Ärzte seien Beckenbauers Urteilsvermögen und dessen Gedächtnis mittlerweile sehr stark getrübt. Eine Besserung nicht zu erwarten. Mit der Diagnose begründen die Ärzte eine Vernehmungsunfähigkeit Beckenbauers. Die Schweizer Bundesanwaltschaft fordert angeblich noch weitere ärztliche Belege, ehe sie über eine Anklage entscheidet.